Hallöchen und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Fable 2. So, wir haben gerade eine riesige Scherbe besiegt. Aber wie ich erwähnte, als diese riesige Felszarge dazwischen flog, ich muss wirklich gehen. Hört zu, wenn ihr uns nicht helft, wird Lucien bald die ganze Welt beherrschen. Na, soll er doch. Die Welt wird ja schon sehr überschätzt, findet ihr nicht? Und wen opferst du dann dem König der Schatten? Ja, also gut. Ja, ich werde euch helfen. Und danach kann es gut sein, dass ich euch leider umbringen muss. Aber das sehen wir dann später. Also, was nun? Wir müssen uns am Heldenzirkel treffen. Das Ritual, das wir dort durchführen werden, liefert uns die Waffe, die Lucien besiegen kann. Tja, das klingt nach jeder Menge Spaß. Ah, ihr habt den dritten und letzten Helden rekrutiert. Und nun seid fast bereit, Luciens gegenüber zu treten. Das Ritual, das euch die ultimative Waffe verleiht, erwartet euch. Aha. Oh. Das hört sich ja alles schon mal sehr, sehr interessant an. Bin ich mal gespannt, was es für eine Waffe gibt. Ich weiß es nämlich nicht. Wie gesagt, ich habe es nie durchgespielt. Das ist schon seit, seit mehreren Folgen, also seit, bestimmt, da. Hier stockt es ein bisschen. Aber wie? Heftig, heftig. Diese Art der Macht ist ein Mittel und kein Zweck. Was hat er vor? Damals wollte er seine Familie zum Leben erwecken. Vielleicht will er das noch. Aber gebt einem Bettler eine Million Goldstücke. Wenn er satt ist, erkennt er, dass man nicht nur Brot kaufen kann. Wir können anfangen. Geh in die Mitte. Du bist das Element, das alles verbindet. Stärke, Können und Willenskraft. Zusammen beschwört er die mächtige Waffe, die Lucien besiegen wird. Ja, wie gesagt, seit mehreren Folgen schon blind. Bestimmt seit 40, 50 Folgen, keine Ahnung. Also, dann mal rein hier. So, und jetzt werden wir... Was genau machen? Sieht ja irgendwie schon ein bisschen witzig aus. Oh ja, ich spüre die Macht. Verdammt. Das hat wehgetan. Richtig. Also, es war ja ganz schön, dieses hübsche Licht mit euch zu machen. Aber was passiert jetzt? Ich weiß es nicht. Was nach seinem Eintritt ins Zentrum passiert ist, übersteigt selbst mein Wissen. Wartet. Wo ist Teresa? Oh weia, das geht nicht gut. Ah, na toll, weil ne Scherbe auftaucht. Deswegen ist sie natürlich weg. Die Macht, eine neue Welt zu erschaffen, verschwenden sie, um die alte zu retten. Und bald liegt es unter dem neuen Reich begraben. Vor euch steht der neue König. Scherlatan. Ihr werdet tief fallen. Die Abmachung gilt, Lord Lucien. Äh, König Lucien. Ach man, klappe, Riva. Ihr könnt diese Leute sogar umsonst haben. Stimmt. Und euch auch. Wo ist sie? Eure Wahrsorge, Freundin? Was habt ihr mit ihr gemacht? Ich lauschte nur. Alter. Ich hätte damals rausgehen, eure Leiche suchen sollen. Ich war unachtsam. Das Blut durfte gedeihen. Und so wuchs eure Macht. Aber das ist das Ende. Die letzte Spur von Heldenblut. Wird auf diesem Gipfel vergossen. Alter. Ich mach dich fertig. Und schwach. Das letzte Mal, als ich euch tötete, brach es mir das Herz. Ihr wart ja nur ein Kind. Aber das war ich auch. Heute wirst du nicht sterben, kleiner Spatz. Was? Äh, hä? Lädt heim? Komm, wach auf, kleiner Spatz. Aha. Mutter und Vater sind weg. Hast du sie gerade verpasst? Steh auf. Es ist ein wunderschöner Tag. Wir träumen. Los geht's. Die kommen so bald nicht wieder. Wir werden heute viel Spaß haben. Ich habe schon einiges geplant. Sieht das hier hübsch aus. Ich habe Flaschen versteckt, die du abschießen musst. Die Hühner müssen eingefangen werden. Oder wir können Käfer jagen. Was du willst. Auf dem Bauernhof gibt es so viel zu tun. Eine perfekte Welt. Oh, ist das schön hier. Oh, herrlich. Was können wir denn tun? Ich habe Flaschen aufgestellt, damit du Schießübungen machen kannst. Wie, wo hast du die Flaschen denn? Ah. Ich will die Flasche da abschießen. Kladdatsch. Ja, du hast eine gefunden. Such jetzt die anderen. Mach ihn platt. Oh, zu spät. Ich sehe keinen mehr. Machen wir was anderes? Ich habe ein paar Flaschen aufgestellt, damit du Schießübungen machen kannst. Kommt da nicht hin. Sehr gut. Da oben steht auch noch einer bei den Krähen. Komm ich da hoch? Nein, komme ich nicht. Ich muss hier lang. So. 17. 17 Flaschen. Das ist doch jetzt ein bisschen übertrieben, oder? Hier müssen überall welche rumstehen. Da ist eine. Zack. Hier gibt es auch keinen goldenen Pfad, merke ich. Volltreffer. Sehr gut. Wie geht? Diese Hühner sind überall und picken einfach alles auf. Kannst du sie zurück in den Stall schaffen? Volltreffer. Ey, du Huhn. Wie soll ich die denn da in den Stall schaffen? Boing. Wir spielen einfach Hühnerfußball. Los, lauf, du Huhn. Back. 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 Ist ja schon irgendwie witzig. Aber ich krieg's doch nicht mehr raus aus der Ecke. Doch jetzt. Back. Back. Jetzt hängt's da fest. Na toll. Los, Hühnchen. Lauf in deinen Stall. Back. Und. Warte. Geh mal weg. Wenn ich groß bin, werde ich eine Heldin. So wie im Märchen. Jetzt hier. Und. Ah, fast. Ah. Back. 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 Ja, eins ist drin. Boah, wie schwer das ist. Noch drei. Ich schwitze schon vom Zuschauen. So, weg da. Ah, schade. Ey, bleib hier. Ey, du Huhn. Rinder. Ah, war ja klar. Nee, es hat doch geklappt. Das wird bestimmt schwer. Wo ist das letzte denn? Irgendwo hier auf dem Feld. Nö. Kein Hühnchen. Wo ist denn Hühnchen? Buck, buck, buck. Putt, putt, putt. Ah, da ist es. Da müssen wir nur noch die elf Flaschen finden. Äh. Los, Hühnchen. Äh. Oh, es wird dunkel. Und drinne. Oh, das waren alle. Oh, ich sollte dich Hühnchen schrecken. Willst du jetzt machen? Ja, jetzt müssen wir nur noch die Flaschen, äh. Willst du jetzt machen? Die Flaschen. Ich habe ein paar Flaschen aufgestellt, damit du Schießübungen machen kannst. Das war ein toller Tag. Aber ich bin zufrieden. Gehen wir schlafen. Wow. Ich will aber noch nicht schlafen. Ich will da hoch. Naja, gut. Dann müssen wir halt wohl auch schlafen gehen. Vielleicht finden wir noch eine Flasche unterwegs. Ich gehe mal da lang. Da ist noch eine. Da ist noch eine. Da. Flasche, Flasche, Flasche. Ach, wie schön das hier alles ist. Hier möchte ich auch gern wohnen. Schön idyllisch. Alles voll mit Blumen. So richtig wie im Disney-Film. So, ich stand hier auch noch Flaschen rum. Ja. Oh, noch drei Stück. Das schaffen wir doch noch. Wir sind hier auch noch im Haus versteckt. Wer weiß. Ah. Eins. Ja, hier waren wir ja schon. Wo sind die letzten beiden Flaschen? Die werden wir in der nächsten Folge finden. Ich danke euch fürs Zusehen. Euer Megidi. Macht's gut. Ciao. Ciao.